Ich würde mir eine Luxusvilla bauen lassen. Ich würde nach Neuseeland fliegen. Also als erstes würde ich mir ein Haus kaufen und vielleicht ein elektrisches Auto. Ich würde vielleicht umziehen, wo es immer warm ist. Und mir da ein Haus am Strand holen. Und ein sehr teures Handy kaufen, ein Lamborghini-Dach dazu. Dann in einer Hängematte liegen und faulenzen. Ich würde das gerne machen, aber es geht halt nicht. Man kann das halt nicht immer machen. Wenn ich ganz groß träumen dürfte, könnte, dann würde ich träumen, dass ihr nicht mehr mit Dieselautos fahrt. Dann würde ich viel mehr Bäume pflanzen und nicht so viele Häuser bauen und da vielleicht keine Kohlekraftwerke mehr betreiben. Es muss nicht immer sein, dass alles schick und neu ist. Man kann auch mal einfach das nehmen, was man schon hat und damit zufrieden sein. Und 2030 ist viel zu spät, sonst würden die Polare vielleicht schon weg sein. Die sollen auch mal Kinder im Parlament zum Beispiel mitbestimmen lassen, weil es ist die Zukunft von den Kindern und manchen Erwachsenen. Die Alten kann es ja egal sein, was danach passiert. Und dann würde ich einfach sagen, hört auf damit. Ihr benehmt euch gerade echt kacke und denkt doch auch mal an uns. Und dann würde ich einfach sagen, hört auf damit.